hallo zu haben es war heute und sieben und das ist vollgehoben bei letzter Gründer und sie haben wir machen weiter wo wir aufgehört haben oder so ungefähr wie auch schon in dem Bordeaux ich will mit gern immer noch wissen wo diese Motorenschmiede ist das haben wir fahren über die Brücke aber ich zu dumm bin überhaupt auf die Brücke zu fahren in die Richtung Schauen wir mal was uns so sagt ja genau verkehrt rum die Falle von den der Aachen das sind wir verwirklichen Formen zum Beschluss in Form ich habe schon mal weiter was könnte dahinten sein und es dort nehmen wir hierher gekommen sind diesen wiesen Scham das kann natürlich auch sein ich will wissen wo die Motorenschmiede ist verlarmt die die sie finden in diesem Ort Kossel ist was ist wollen es kostet wie wahrscheinlich 10 Minuten weil da hat jemand auf uns warten wird den ich ja nicht mal zu treffen will das passiert wenn man nicht rechtzeitig bremst springe den Teufel durch Zündkerzen spring mit deinem Teufel durch Zündkerzen schwärme um dir das war ja wir haben die Fahne noch das heißt es hat also geklappt das ist ja mal den Teufel raus so fahren wir mal so sind wir wieder an der Brücke und diesmal biegen wir links ab zu dem großen Gebäude dort hinten wo wir aber scheiß schon haben so biegen wir uns einfach mal hier rechts auf das Thema B-Bahn-Aus da 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 er muss haben wir in der Schirm okay die Böder bis zum Bordauwollfall stehen werden vorliegen das haben wir in der die Mordgruppe Prozent und ich will wenn sie müssen wenn sie stehen hier zu schnell weiter weiter das ist wie das um Dach her so aber was haben wir denn hier totales fernrohr das war alles aussichtsplattform richtig man kann ein bisschen mehr von der map dann sehen okay das ist gut zu wissen da kommen wir glaube ich her wo könnten wir in diesem Motoren schmiede ich würde aber mal am Turbos kommst du bist in Welt und so sitzt da so muss kommen einhalten das ist uns leider auch nicht wo ist unser Teufel da wird sagen wir haben noch zeit dass ich nutze den part jetzt echt mal so mal angucken die da alles umschauen oder so hier sind so stört über das Plainhand da oben ist der Berg an dem der Healer war glaube ich Lenny war wir biegen Masse ab ich probier mal dahinten nach Haus raus zu finden jäh kom fahr die fahr rein fahr rein fahr rein brumm 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 auch mehr autos nur noch mal wissen wir denn jetzt gerade ich mir wie gesagt ich suche etwas zu tun ich will meinen teufel verbessern aber hier haben wir was alles auch gefunden vielleicht kommen wir ja da mit einem bestimmten musik so gut bin hier schauen wir mal was wir hier lernen außer dass wir lernen ein hässliches gesicht zu sehen es ist truppen sammeln auf alle den truppen egal wie ein zu sehen kann ja das ist auch okay mehr gelernt hier sehen wir uns lernen was haben wir denn hier schön großer motor ja die macht sicher lang die blumen verraten mir dass dieses relikt geborgen werden muss die blumen verraten mir dass dieses relikt geborgen werden muss die blumen verraten mir dass dieses relikt geborgen werden muss na dann wo kann ich das heute moment das ist ein relikt da ist ja wieder diese franke mit den teufelsdaumen relikt jäger bärms 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 wow das nenne ich ein relikt wuuuuh das tor sieht aus als wäre es für autos gedacht könnte das die motorenwerkstattung das wäre jetzt geil wie ich die jetzt echt gefunden hatte ok ok kann ich reinfahren yeah für tausend fahren yeah cool wir haben es gefunden was ich gesucht habe in diesem port nicht schlecht aber weil ich so ein Aschleuch bin schauen wir uns das erstmal nächstes mal an ja ich bin Agne97 das ist Let's Play Brutal Fucking Rock'n'Roll Latin bis zum nächsten mal ciao